Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Ich bin der schönste Mann in Sachsen, in der EU und auf der Welt. Wer bin ich? Der schönste Mann in Sachsen, in der EU und auf der Welt. Ach ja, schöner, schöner, schönes Haar, ein schöner Mund, ein schöner Bauch, ein schöner, das Ganze schön verteilt auf 190 Pfund. Ich bin der schönste Mann in Sachsen, in der EU und auf der Welt. Ich werde nie erwarten, doch für die Frauen bin ich ein Held. Jeder Mann will gleich mein Freund sein. Ich hab mich längst drauf eingestellt. Ich bin der schönste Mann in Sachsen, in der EU und auf der Welt. Wer bin ich? Der schönste Mann in Sachsen, in der EU. Und auf der Welt. Der schönste Mann in Sachsen, in der EU und auf der Welt. Vielen Dank.